So, 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 YouTube, hallo, hallo und willkommen in unserer Republik bei Worker & Resources. Wir sind dabei, die Autobahnbrücke zu bauen und der erste Teil ist schon geschafft. Und Maximum sagt gerade, irgendwie frisst einen der Verkehr genauso oft wie ein CS. Das ist wahr, deswegen ist es aber auch ein Städtebausimulation. Der Verkehr ist hier das A und O, genau wie die Forschung. Denn unsere TV-Station wurde erforscht und dann können die hier mal auf Uran-Anreicherungen gehen, nicht? Das war eh unsere Fakultät für irgendwas. Die hier erforschen noch die Flugzeugproduktion, auch wenn wir sie nicht brauchen. Und ja, hier wird die Brücke gebaut, die Schiene ist geplant. Und ich habe mich noch damit abgemüht, hier hinten die Ab- und Auffahrten zu bauen, die auch schon fertig sind. Ah, cool. Das heißt, grundsätzlich ist der Tunnel, wenn das hier fertig ist, auch benutzbar. So, der natürlich nur in die Richtung und der nur in die Richtung. Ich weiß gar nicht, ob das unterirdisch... ...irgendwie festlegbar ist. Das hört sich zumindest so an. Als ob das irgendwie klappt. Oh ja, sieht man sogar. Okay, und damit haben wir unseren ersten Autobahn-Abschnitt in dieser Stadt in Betrieb genommen. Klar wird der jetzt noch nicht stark frequentiert werden, aber Auf- und Abfahrten sind da. Ich bin in der Anmoderation. Ja, kommt in den Stream, dann könnt ihr auch in der Anmoderation sein, wenn ich euch aufgreife. So funktioniert das Business. Aber mit dem Verkehr ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Aber, jetzt überleg dir mal. Du siehst alle Autos, die rumfahren, oder? Das sind ja viele. Busse, hier hinten der ganze Verkehr, da alles. Die ganzen Baufahrzeuge. Und jetzt kommt der Clou bei dem Spiel. Du änderst die Lichtfarbe. Nein. Der Clou bei dem Spiel ist, jedes Fahrzeug, was rumfährt, das hast du selber gekauft und eingerichtet. Was heißt, du hattest jedes zumindest beim Kaufen, zum Beispiel bei den Baubüros, in der Hand. Die Baubüros steuern natürlich selber, wo sie hinfahren und was abholen, aber du kannst ja sagen, hol das da ab, fahr das da hin. Das heißt, jedes Auto, was hier fährt, ist ja nicht einfach da, weil du ein Gebäude baust. Du baust eine Feuerwehr und musst die Autos kaufen. Das heißt, selbst die Feuerwehrautos hast du mal selber gekauft. Also, du hast alles in deiner Hand. Und alles, was am Verkehr existiert, existiert, weil du es wolltest. Ja, das ist halt so die Sache, ne? Und das finde ich gegenüber City Skylands halt cool. Du hast wirklich, wenn irgendwo Mist passiert, kannst du halt einfach sagen, okay, auch wenn ich das hier umbaue, fahren ja trotzdem alle Autos hier drüber. Na, dann bauen wir doch anstatt hier das Werk, das Werk da hin und das Werk kriegt die Straße hier hin. Anstatt da hin und dann fahren die Autos da oben rum, nicht? Und dann treffen die sich zum Beispiel hier nicht mehr. Nur mal angenommen. Irgendwie sowas. Oder bei den Bussen. Jetzt fahren alle Busse hier immer das so an. Ich baue hier einfach eine Straße, teilen sich die auf. Das könntest du bei City Skylands gar nicht so detailliert machen, weil eine Buschbrauch gar nicht benutzt würde in dem Spiel. Davon mal abgesehen. Du hast also viel mehr Kontrollmechanismen über den Verkehr mit Einbahnstraßen Verkehrsschilder, nicht? Allein die Verkehrsschilder. Du könntest ja sagen zum Beispiel, hier dürfen keine Busse jetzt fahren. Dann müssen die hier lang fahren. Hier könnte aber dann die Feuerwehr noch drüber fahren. Und, und, und. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das Ganze, ja, noch, noch verfeinern kann. Zum Beispiel können wir später sagen, hey, hier, die Einfahrt, das wird eine Stadt. Dann wird das gesamte Gebiet als Stadt markiert für Autos. Und dann müssen die sich ganz anders verhalten. Das sind total coole Mechaniken, mit denen man viel hinbekommt, was man bei City Skylands nicht als Option hat. Da bist du einfach maßlos verloren. Ich meine, auch hier kannst du dich mit dem Verkehr so verbauen, gerade im realistischen Modus, dass du nicht genug Rücklagen hast, um es zu schaffen, weil deine Bevölkerung sterben würde vorher. Ja, das ist durchaus möglich. Das haben wir schon öfter geschafft. Ähm, aber du kannst es natürlich auch richtig anstellen und dann passiert das nicht. Zack. Schön, wie es auch hier voll und leer wird. Und ich meine, du siehst hier sogar die einzelnen Menschen wirklich auf dem Bahnhof stehen. Also, das sind nicht nur einfach Figuren, die auftauchen. Hier sind jetzt 1, 2, 3, 4, das heißt 6. Okay, wo stehen die anderen beiden? Vielleicht stehen die ineinander oder sowas. Oder ich sehe sie nicht. Oder sie sind da. Der zählt schon dazu, nicht? Da ist auch noch eine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, es sind wirklich die Personen, die hier sind, sind auch da. Also, es ist nicht nur, haha, da sind gerade 10% Leute deiner Bevölkerung in diesem Bahnhof, deswegen simuliere ich die mal irgendwie. Nein, die Person läuft wirklich von da da hin oder wird mit dem Bus dahin gebracht und wird die ganze Zeit auch dargestellt. Also, klar springt sie von der Arbeit dann einfach nach Hause, weil der Rückweg zu schwer zu managen wäre. Aber das kann ja in Teil 2 gemacht werden vielleicht. Ich finde das echt von der Verkehrssimulation total komplex. Und du kannst natürlich die verschiedensten Ansätze fahren. Ja, ich habe jetzt einen zentralen Busbahnhof und ganz viele kleine Stationen, die angefahren werden. Du kannst aber auch ganz viele kleine Stationen oder mittelgroße Stationen machen, die dann immer einzelne Industrien ansteuern. Du kannst auch für einzelne Industrien kleine Wohnviertel machen, sodass du gar keinen Busverkehr theoretisch brauchst. Du hast so viele Möglichkeiten und Optionen hier. Bei City Skylines baust du hier ein Wohngebäude hin und der geht trotzdem da hinten arbeiten. Warum auch immer, weil es halt so ist, nicht? Und dann hat er trotzdem Verkehr nach da hinten. Also, da kannst du das gar nicht irgendwie kontrollieren. Hier kannst du zur Not sagen, ey du, Keule, du gehst jetzt hier arbeiten und zwar da, wo ich definiere, äh, ich weiß gar nicht, hier unten. Und dann kannst du sagen, du darfst nur da arbeiten gehen zum Beispiel. Ja. Oder ihr dürft nur zum... Oh, oh. Andere Gebäude. So. Äh, ihr dürft nur hier hin gehen zum Beispiel, kannst du auch sagen. Wenn du zwei Einkaufsläden hast, dann kannst du sagen, die drei gehen zu dem, die drei zu dem anderen, sodass die sich nicht irgendwie überlappen. Da ist schon sehr viel Hintergrund, sehr viel Detailgrad, den du auch erstmal kennenlernen musst. So wie unsere schöne neue Brücke. Mh, die sieht hier hübsch aus, als ob wir sie aus dem Ebay Kleinanzeigen gekauft haben. Fertig zum Mitnehmen. Mh, schöne Brücke. Können wir sie auch gleich wieder verkaufen. Fünf Euro. Fünf Euro auf Ebay Kleinanzeigen für diese Brücke. Mensch. Boah. 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 Das heißt ja nicht mehr Ebay Kleinanzeigen, nicht? Das heißt ja nur noch Kleinanzeigen. Ähm. Warum kommt der da nicht ran? Achso, weil der hier nicht mehr rauskommt. Eher. Ja. Hä? Achso. Der ist von hier hier reingefahren, er konnte aber nicht mehr rausfahren. Siehste? Hab ich verkackt, die Sache. Und schon geht der Brückenbau nicht weiter. Forschung abgeschlossen. Ja. Also die Forschung können sie aber auf jeden Fall nochmal machen. Trockendock. Klingt gut. Erforschen wir. Weil das geht wirklich viel, viel zu schnell. So. Wir hatten für 6.000 Leute in etwa Wohnungen, nicht wahr? Dachte ich. Ne. 5.500. So viel sind hier nicht mehr übrig. 100 sind noch übrig. 5.300. 5.400 irgendwas, ne? Wir wären es eher. So. Und dann geht es auch hier voran. Ja, ja. Hupt nicht. Die Autobahn ist doch gleich freigegeben und fertig. Sack die Bohnen, oder? Was fehlt? Ach, Asphalt fehlt. Da ist der Asphalt. Guck mal. Machen sie wieder Tanze, Tanze. Oh. Ah, nur da. Ihr kennt es ja. Ja. gebäude brennt das hatten wir schon jetzt haben sie alle feierabend jetzt sind neue arbeiter da sehr schön jetzt müssen sie es noch polieren mit irgendwelchen dicken rollen und schwemmen tada und die neue autobahn brücke kann eröffnet werden das hier wird weggenommen so und sie wird auch der regel benutzt hoffe ich sehr cool gefällt mir jetzt ist schlangen sie zum kauf in der smirwurst ja war vielleicht jetzt doch dann die bessere taktik gerade mit dem gebäude dazwischen für das betanken am anfang ist super super wichtig okay wir haben zehn prozent arbeitslose das ist gut kommen hier hinten genug leute an ja guck mal das ist auch wieder ein plus alles öl ist alle ich weiß auch warum das ist nervig dass man nach dem brand das gebäude manuell anklicken muss dass es wieder aufgebaut wird okay grundsätzlich sehen wir da auch ein problem nicht wahr wir brauchen mehr kiesstraßen dass die feuerwehr hier besser irgendwo rankommt zumindest zwischen den seiten hier dann sollten wir das machen jetzt wo wir gerade wenig zu bauen haben können wir das auf jeden fall freigeben so klons können die das da machen ich glaube hier das hat noch gar keiner genutzt nicht wahr und ein neuer fahrzeugtyp ein gelenkloser neuer das sieht aber hier nicht ganz so geil aus wir können vielleicht eine statue irgendwas um das so ein bisschen zu verdecken wie eine lärmschutzwand sowas hier oh ja was daran weiß nicht gut für die feuerwehr hat das wäre problematisch haben wir nicht eins was wir nicht bauen müssen ich hatte doch vorhin so ein langes ding hier okay kiev district tower geht auch nicht muss mir mal die dinger die nicht gehen echt aufschreiben mod monumente ne das wäre so eine lange lichtdings aber die hat keine straße das heißt die wird auch nicht gebaut das war es oder ja gut die materialien würden jetzt hingeliefert werden wahrscheinlich sogar eine steht direkt das ist doch wunderbar können wir das doch so als eine art schaltschutzmauer hier war sie hinsetzen ja dann müssen wir wenn wir beim nächsten mal beim laden die wieder büsche hinsetzen können dann machen wir hier einfach büsche hin und sowas man sollte sich das haben nicht wahr aber mehr grün kriegen wir eh nicht hier ja ja okay aber autobahntunnel fertig von hier nach da und in die mitte will aber keiner das heißt aber wir haben alles infrastruktur mäßige hier vorbereitet falls wir es irgendwann brauchen ich war dann ist es zumindest da die autobahnbrücke funktioniert ja jetzt müssen wir eigentlich nur planen wie wir von hier hier rüber kommen ... ... ... ... ... ... Oder wir machen da... Ja, das... Ich weiß, wie wir das machen. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Wir machen nicht... Obwohl, das kann ja bleiben. Genau, aber das wird... Das wird die Brücke nach drüben. Vielleicht nicht an... Ab der Stelle. Okay, bleibt so. Vielleicht. So. Also, Parallelmodus ist aus. Ich wundere mich schon. So, vielleicht ab der Stelle. Dass wir dann da rumgehen. Und hier können wir ja auf der Seite sagen... Ey, du kriegst ein Parallelgleis. Erstmal nur so ein Stück. Und dann gucken wir mal, wie weit uns das hilft oder nicht hilft. Ja, das ist doch die Lösung. Dann haben wir es ein bisschen entzerrt. Das bedeutet, wir wollen ungefähr hier mit dem Bauamt hin. Dann erst mal... Zwölf Meter. Ah, das könnte... Könnte schon echt zu eng wäre mit zwölf Metern hier. Kann man dann die Brücke wieder wechseln? Die hat 39. Die hat 38. Mit 58. Die bräuchte einen Pfeiler hier. Okay, dann müssen wir... ...bisschen mehr wegnehmen. ...bisschen mehr wegnehmen. So. Und die 38er... ...könnte auch schon fast reichen. Die haben wir halt noch nicht. Soll ich die schon aus Elektro bauen? Ja, wäre eigentlich schon ganz gut, oder? Wenn wir die elektrisch vorsehen. Wie viel kann die? 140. Die andere kann nur 135. Das heißt, die wäre auch die schnellste. Ja, dann bauen wir die hin. Wenn es passt, warum nicht? Und dann können wir hier einfach runtergehen. Wie wir lustig sind. Und ein Gebäude brennen lassen. Ja. Welches? Schon wieder! Es hat doch gerade erst gebrannt. Hm. Ah, in diesem Mal ist die Feuerwehr schneller da. Sehr gut. Okay. Eisenbahnbauamt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es heute schaffen. Es zumindest hinzusetzen. Da kommt die Schiene. Da kommt der Kies an. Schiene. Kies. So. Zwischen den Kies-Sachen. Vielleicht lassen wir da wieder die Straße. Wenn das geht. Dass es so lange ist immer. Okay. Noch mal weg. Erst das Ding setzen. Und das setzen wir auch gleich. Passt dazwischen überhaupt eine Straße? Ja. Okay. Nur falls später irgendwas ist. Dann kann man da. Obwohl da ist ja eine Straße. Ah. Vielleicht brauchen wir eine Straße. Wie gesagt. Ich baue es lieber. Auch wenn ich es nie brauchen werde. So. Wenn wir es so rum drehen. Hilft uns das nicht viel. Weil da kein Anschluss ist. Das heißt. Nur so rum. Eigentlich nur so rum. können wir es setzen. Und hier vielleicht ein bisschen Platz lassen. Das kommt hier dann natürlich da drüben an. Das ist ein bisschen unschön. Egal. Und ich habe gemerkt. Mit drei Ausgängen. Das funktioniert irgendwie gar nicht richtig gut. Die blockieren sich oft gegenseitig. Machen wir noch ein Zugdepot. Kaufen wir gleich ein langes. Tsk. Warum nicht, oder? Wir haben hier auch schon Strom gleich. Und Abwasser. Hier hinten reicht auch noch der Platz. Sehr gut. Jetzt ist nur die Frage. Können die das Ding hier überhaupt bauen? Wenn nicht, muss ich hier so einen Special-Anschluss irgendwie noch zaubern. Oder so. Oder irgendwas. Das wäre eigentlich lustig, oder? Beinen zu verbinden. Das kann ich. Hat das... Bringt das was? Egal. Allein für... Für die... Für die... Ansicht mache ich das jetzt. Okay. Von da haben wir auch die Straße. Ich meine, hier fährt auch nicht so viel Zugverkehr rum. Beziehungsweise auch so viel Autoverkehr, nicht? Da wären höchstens mal... Äh... Feuerwehren oder sowas langfahren. Alles gut. Und wir bauen die Straßen aber gleich aus Kies. Dass die Wingschen da schnell hinfahren können, falls was ist. Weil so wie ich es kenne, wird es direkt anfangen zu brennen. Drei Sekunden, nachdem wir es gebaut haben. Und hier ist wieder dieser Anflanschpunkt-Problematik, nicht? Ich kann nach da oder nach da. Ich werde ihn aber genau in der Mitte von den beiden haben. Das nervt mich einfach tierisch. Ah... Okay. Wir können jetzt mit dem... So. Trick 17. Achso. Genau. Und ich muss ja manuell sagen, bauen. Damit ich nicht aus Versehen Sachen baue, die ich nicht bauen möchte. Und du kriegst eine hohe Priorität. Oh, oh, oh. Wartet, 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 wartet. Stopp. Stopp, 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 stopp. Das ist dumm, was ich gerade mache. Weil... Wir brauchen mindestens ein Warenhaus. Obwohl, wir brauchen kein Warenhaus. Mindestens eine Straßenladestation. Am Warenhaus wäre auch gar nicht schlecht, wo Baumaterial so ein bisschen zwischenliegt. Das muss ja kein großes sein, nicht? Ähm... Wir brauchen... Was alles, ist die Frage. Was bauen wir für Dinger? Äh... Bau, 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 bau Büro. Achso, die haben 500er Stahllager sogar, das große. Achso, ja okay. Wenn das ein Lager hat, dann ist ja okay. Dann brauche ich ja nicht ein extra Lager bauen. 500 Tonnen, das reicht ja bei Weitem. Ähm... Aber eine Straßenladestation. Das wäre clever. Da ist gut, dass ich die Straße eingeplant habe, nicht? Zwei Sekunden mal nicht nachgedacht. Das ist trotzdem gemacht und alles richtig. Die Sechser würde ich nehmen. Was habe ich da noch? Die Sechser funktionierte nicht. Leider. Dann nehmen wir die. Ähm... 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 Ja. So. Okay, ihr dürft doch weiter bauen. Ich hab nix gesagt. Ich hoffe, die braucht nicht mehr. Hä? Warum ist der Bau angehalten von dem Ding? Ja, das ist der Nachteil im manuellen Anklicken. Deswegen mache ich das ungerne. Okay. Aber das kann gebaut werden. Und dann haben wir morgen die Möglichkeit, dort Bauzüge zu holen. Und dann die Schienen bauen zu lassen. Wir priorisieren natürlich schon mal hoch. Dann vergesse ich das nicht. Weil morgen habe ich das schon wieder vergessen. Ich kenne mich. Dass wir erstmal die vielleicht bauen. In irgendeiner Weise. Die dazu uns befähigen. Mehr Züge zu fahren. Und sollten wir vielleicht schon ein Stromnetz? Naja, oder? Stromnetz. Da denkt man noch gar nicht dran. Ach, da denkt man noch dran. So. Dann haben wir erstmal die eine Linie, die gebaut wird. Und dann mal gucken. Wie der Rest wird morgen. Weil das wird jetzt eine ganze Weile dauern hier hinten. Ich meine, wir haben 10 Millionen auf dem Konto. Und dann 99.000 im letzten Monat eingenommen. Jetzt schon wieder 202.000. Wir können mal gucken. Immer noch nicht genug Korn da. Die ballern jetzt ordentlich weg. Keine Stoffe dadurch drin. Weil nicht genug Korn da ist. Und deswegen auch keine Kleidung großartig. Immer auf Lager. Es wird halt alles weggesnackt. Aber 222.000 und plus. Bin ich d'accord mit. Hier sind auch noch nicht genug Arbeiter. Aber da brauchen wir dann auch die Zuglinie. Das ist ja auch schon vorgeplant. Mit Bahnhof. Dass wir die hier hinten hinbringen. Aber ich meine, Bitum ist da. Treibstoff ist da. Öl ist weniger da. Obwohl das hier gebaut ist. Ah, die Straßen hier sind auch schon fertig. Sehr gut. Für die Feuerwehr dann besser zu erreichen. Schneller. Das gefällt mir. Und vielleicht brauchen wir wirklich. Doch noch. 1, 2, 3 mehr Ölpumpen. Oh, oh. Der liegt natürlich jetzt extra weit weg. Von der Feuerwehr. Wo fährt sie lang? Entweder da hinten rum. Oder fährt sie gar nicht los. Die fährt gar nicht los. Und weil das nicht mehr in ihrem Bereich liegt. Weil wir mal ganz kurz hier eine Verbindung deswegen bauen müssen. Ich glaube, die kommen eh nicht mehr hin rechtzeitig. Und... Ähm... Ähm... Ja, die kommt da nicht hin. Die kommt... Egal was ich mache. Sie kommt nicht hin. Weil selbst von hier kann sie nicht rüber. Und ich würde da jetzt auch nicht... Na, okay. Ich kann es danach wieder abreißen. Das würde nicht mehr passen. Ja, das ist zu spät gewesen. Ganz knapp, aber zu spät. Das Problem ist jetzt nur... Ist das ein großes Problem hier? Ja. Ja. Die scheiße Pumpe geht nicht mehr. Oh, das einzige Gebäude, was nicht brennen darf. Brennt. Weil es nicht mehr von der Feuerwehr zu erreichen ist, weil wir die Autobahn umgebaut haben. Das kann es doch nicht sein. Vor allem hätte es gebrannt, wenn ich alles hinten fertig hätte mit Bahn, dann wäre alles okay. Weil dann gibt es eine Straße rüber, über das Depot. Nicht wahr? Aber so jetzt nicht... Ah, Mann. Äh, hier hinten. Was hatten wir? Die Straßen waren fertig. Ich wollte gerade gucken, ob ich noch mehr Öldinger baue. Oh. Die Feuerwehr suchen sich auch immer die falsche Stelle aus, nicht wahr? Brennt es doch jetzt nicht. Du bist doch nicht abgefackelt, oder? Sehr gut. Der hat doch auch nur 8% Leistung. Was soll da brennen? Das Problem ist, durch die Schienen können wir jetzt auch nicht einfach einen Weg rüberlegen, ne? Gut, der hier kriegt irgendwie eine Auffahrt. Am besten an die Stelle hier, ja. Und hier komme ich nicht, doch komme ich drum. Aber an die Stelle wollen wir ja gar nicht. Eigentlich, eigentlich wollen wir rüber. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein Bier lang. Und hier sollen ja auch theoretisch irgendwie Gebäude oder so hin. Dann wäre das ja so die Option, die man nehmen könnte. Ah, da kommt der Stromkasten raus. Muss kurz umgebaut werden. Bahnübergang. Ach, da ist ein Stück Dings übrig geblieben. Seht ihr das? Das ist ja kacke. So. Das geht nicht. Das ist zu kurz. Gut, dass wir es noch nicht bestätigt haben. Jetzt ist da wieder der Amt-Flanschpunkt entstanden. Ah, wir kommen auch nicht so weit dichter ran. Weil da... Ja, okay. Das ist das, was wir am weitesten weg hinkriegen. Aber das sollte passen. Ja. Okay. Jetzt passt es. Und das können wir bestätigen. Ach so. Ich muss in den Modus. Ich habe mich gerade gewundert. Hä, warum kann ich das nicht bestätigen? So. So. Kann ich hier... Kommt später eigentlich eine Auf- und Abfahrt ran, ne? Können wir ja dann abreißen. So. So. Oh, Helis. Wow. Das lohnt sich richtig, ne? Die fliegen von der links nach der rechts. Das ist natürlich ein bisschen Verschwendung, würde ich sagen. Ahem. Aber gut. Dekadenz ist unser zweiter Vorname. Puh. Hahaha. Bei uns rollt der Rubel so gut. Wir können auch einfach ein Heli für 5 Meter Kiestransport fliegen lassen. Puh. Wer sind wir schon? Krösos. Im besten Fall. Okay. Okay. Dann sollen die weiterbauen. Ich glaube, noch nie jemand hat die Stadtautobahn benutzt, seit sie existiert. Naja, gut. Forschung ist schon wieder abgeschlossen. Das geht heute aber echt fix. Ich glaube, bald haben wir alles erforscht. Ja, komm. Dann geht die jetzt auf die Flughäfen. Hier ist auch alles erforscht. Soweit. Wäre cool, wenn Sachen über die Jahreszeit auch noch geblockt wären beim Forschen. Und, oh oh. 5.413 Leute ohne eigene Wohnung. Das heißt, wir sind aufgeschmissen. So, wir können jetzt uns überlegen, ob wir hier zum Beispiel das Headcrawler of Polish Radio hinsetzen. Fände ich eigentlich ziemlich ein krasses Gebäude für die Ecke. Aber würde halt total hinpassen. Zum Hauptbahnhof nicht. Das wäre so richtig, da die Polizei die alte, da das Rathaus dahinter, so ein altes, großes Gebäude. Oder wir bauen dieses kleinere Radio mit diesem Tower halt hier hin. Was findet ihr besser? Entweder hier so dieses Tower-Radio oder so ein großer Block. Und dafür dann noch vielleicht ein Wohnhaus oder so. Hm. Hat da beides was, nicht? Aber da ist ja theoretisch schon so ein Glockenturm. Deswegen der hinter noch mal ein Glockenturm. Der noch höher ist. Weiß ich irgendwie nicht. Den könnte man eher hier hinten noch mal hinsetzen, das Radio oder so. In so einem anderen Viertel vielleicht. Aber bräuchte halt richtig viele Arbeitstage. Ich weiß auch nicht, Radio brauchen wir eigentlich auch noch nicht, oder? Aber ich müsste es vorplanen, damit ich vielleicht weiß, wie viel Platz ich habe. Also erst mal an dem ausrichten. Und dann wäre das, denke ich... Hier. So. Gleich. Achso, ist gleich gesperrt. Sehr gut. Das heißt, der Weg müsste nochmal abgerissen werden. Das kann das Abrissbüro ja schon machen. Ah, hier ist ein bisschen zu dicht an der Straße. Wartet, wir müssen das spiegeln. Radio, 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 Radio. Wo war's? Da. So rum. Das ist ja nicht mehr spiegeln. Ich glaube, so sitzt es ganz gut. Straße soll noch nicht gebaut werden, das auch nicht. Das heißt, hier hätten wir dann noch Platz für ein paar Einwohnerchen. Die sind aber relativ weit ab vom Schuss dann. Die hätten nur, na gut, Kirche, Alkohol. Einkaufen wir erst hier. Ja, das könnte ein Problem werden für die. Weil, der nächste Einkaufsland wäre auch hier. Ist beides 300, 400 Meter weg. Ist schon sehr weit. Und die hätten auch keinen Bahnhof direkt. Die müssten entweder zu dem oder zu dem. Oder hier muss eine Bushaltestelle hin. Klar können die auch da rüber laufen. Aber wäre natürlich netter von mir, die dann zu fahren. Eigentlich ist es doof hier für Mitarbeiter oder für Einwohner. Hier wäre sinnvoller Einwohner, nicht? Die kommen da zum Essen. Das macht mehr Sinn. Dann planen wir die hier ein. Ich meine, wir haben genug Baubüros. Das sollte klappen. So, zur Tankstelle. Eigentlich brauche ich keinen Weg zur Tankstelle. Aber wir brauchen einen Weg hier rum, würde ich sagen. So. Da ist der schon mal vorgesehen. Das geht wieder ran. Alkohol links, rechts. Sehr gut. Ah, hier sind auch noch andere Dingsis. Den Weg hier können wir auch nochmal bauen, ordentlich. Dann sind die auch besser angebunden, generell. Ja, hier machen wir auch irgendwo einen Weg rüber, wo es uns passt. Oder wo es gut geht dann. Kann ich auch schon mal setzen. Und dann brauchen wir Wohngebäude. Ich würde sagen, wir bauen wieder hier größere hin. Ah, guck mal. Die Bäume sind gewachsen. Bäume sind total klein. Direkt in den Fenstern. Haben sie übrigens in unten ein bisschen Schatten. Die brauchen auch dann noch morgen Bäume, nicht wahr? So langsam haben wir alles auch begrünt. Wir können mal so ein kleines Waldgebiet vielleicht. Oder hier machen wir so einen Stadtwald oder sowas hin. Könnte man auch. Und dann nur, wenn man es braucht, macht man das nicht hin oder so. Freizeitpark könnten wir auch da hinbauen. Aber ein bisschen sehr eng, glaube ich, für einen Freizeitpark. Den würde ich schon ein bisschen schöner gestalten. Wohngebäude. Okay, was haben wir denn? 220. Die haben wir schon. 270 Arbeiter. 147 Arbeiter. Wohnqualität von 84 Prozent, würde ich schon sagen, sollten wir ein Minimum haben. 70. Brickhaus. Nee. Die haben wir gebaut. 186. War ein bisschen zu wenig. So im Nachhinein. Aber gut. 240. Saniertes Arbeiterviertel. Das passt hier irgendwie nicht so rein. Das kann man das nächste Mal, glaube ich, bauen. Wenn man eher so eine altertümliche Dings baut. Hier nur 180 Arbeiter drin. Auch nicht so geil. 180 ist so... 198... 252. Könnte hier... Zu der Straße parallel... Einfach eins... Zwei... Drei Dinger bauen. Und das bauen wir auch so. Die Frage ist nur, in welchem... Also ich kann mich nicht genau zur Straße drehen, wie immer. Ah, da verliere ich hier hinten ein bisschen was. Oder wir bauen hier zwei. 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 Erstmal... Hier hinter kann man ja auch noch... Irgendwas bauen. Und hier vorne ein paar andere... Vielleicht höhere oder so. Wäre cool, wenn die denn gegenüberliegen würden, genau, oder? Hätte schon was, würde ich sagen. Ähm... Klonen. Das ist nur die Frage, wie... Wie sage ich, dass das übereinander liegt? Ich glaube, so... Und wenn... Ich das jetzt so hinkriege... Das zeigt auf die Kante. Okay. Was... Naja, das kriege ich so nicht hin. Ähm... Aber vielleicht einfach so. Ist immer noch nicht gegenüber. Ach, weil ich nicht gespiegelt habe. Mh... Das ist es. Ich muss die spiegeln. Ja, natürlich. Das ist das Problem. Ich habe es nur gedreht. Okay. Nochmal... An dem Gebäude ausrichten. Wir machen die genau übereinander. So. Jetzt sind sie auch gegenüber. Ja, das... Details, nicht wahr? Das sind immer die Details. Okay. Äh... Dann kriegen die auf jeden Fall erstmal einen seitlichen Anbindung. Damit die da rauskommen. Sonst haben wir den Salat. Den wollen wir nicht haben. Jetzt ist wieder das Problem mit der Anbindung. Er kennt das Spielchen. Wir machen... Bis dahin. Dann sind wir mittig. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir ran. Zingi Zongi. Zangi Zing... Zingi. Ja, eine kleine Beule ist okay. Und dann können wir hier uns noch verewigen mit anderen Gebäuden. Wohngebäude. Auch gerne Ruhe. 180. 147. Finde ich aber schon irgendwie... Die würden zu denen da hinten gehören, nicht wahr? Das sind die anderen. Haben wir hier... Wart mal. Wir haben die Platte hier genommen. Das sind die hier. Nur ein bisschen anders. Ich hätte gerne so eher kleinere vielleicht diesmal. Warte mal. Wir gehen mal auf die mittlere. Haben wir da eins mit 100 Arbeitern? Hier, das hier. 80% Wohnqualität nur. Nee. So ein Block hier hätte ich gerne. 63, 96 bei 84. Ich glaube, das hier wird's. Oder? Und dann davon einmal so. Dann spiegeln wir das. Und du bist... Wo? Mit dem Ding auf der Höhe. Also... Wahrscheinlich in etwa... So. Und hier hinten können ja dann so Sachen wie... Sport wieder hinkommen und sowas. Oh, die sind nicht ganz... Parallel. Der muss ein Stück höher. Und der ist auch schräg. Ja. Der andere war schräg. Ah, er... Er kopiert ihn schon schräg, oder? Ich glaube, ja. Das ist das Problem. So, jetzt aber, oder? Sieht zumindest besser aus. Kann ich mit leben. Ähm... Okay. Und die kriegen... Nee. Irgendwie hier ihren Anschluss. Nach da. Da haben sie nach da. Hier fehlt noch die Straße. Ah, das geht nicht. Hm. Okay. Vielleicht, wenn wir aber hier rüber... Dann haben die da noch einen Meter weniger zu laufen. Hier fehlt ein Übergang. Und hier nach hinten fehlt ein Übergang dann. Da müssen wir dann gucken... Die kriegen den Anschluss. Aber ich würde sagen... Da geht auf jeden Fall erstmal so weiter. Ah, und dann hier hinten irgendwo lang. Dann können wir hier und da vielleicht noch ein, zwei Sachen setzen. Wir brauchen noch einen Müllplatz für die. Mhm. Wer aufgepasst hat, weiß das. So. Und der könnte doch genau dazwischen hin. Dann sind alle, glaube ich, glücklich. Und wir haben dann... Achso, Baustart. Natürlich. Achso, wir müssen für alles Baustart geben, nicht wahr? Äh... Wartet. Nee, nee, nee. Ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Das ist Zauberwort. Nicht gesagt. Das soll gebaut werden. Und... Der unten soll nämlich noch nicht gebaut werden. Das soll gebaut werden. Und... Die sollen gebaut werden. Und... Die und... Ja gut. Die Schienen werden eh nicht gebaut. Die sind eh auf Baustart. Äh, und die Sachen hier. Ja, ah, das sind jetzt die kleinen Sachen. Okay, ich muss das wieder anmachen. Baustart für Gebäude. Weil sonst weiß ich nachher nicht, was gebaut wurde. So. Hier ein neues Arbeiterviertel. Mal wieder. Dann ist diese Ecke der Stadt aber echt schon gut zugebaut. Hier können wir noch ein, zwei... Ne, obwohl hier sind die Schienen. Die Autobahn wird hier irgendwie lang laufen. Ja, dann müssen wir dieses für die hier erschließen. Für die Kohle. Ich glaube auch Kohle ist dann das nächste, was wir brauchen. Baumaterialien, Baumaterialien, Baumaterialien. Der Zug wird hoffentlich morgen fertig. Die Straßen stehen, sodass die jetzt auch hier rankommen. Die ersten Türme sind fertig. Hier können wir nämlich danach darüber weggehen, wenn wir wollen. Und Kies zum Beispiel an den Hafen liefern, den es noch nicht gibt. Den könnten wir eigentlich auch bauen. Aber was soll ich mit Kies export? Andererseits soll ich den Kies gelagert haben? Könnte auch mit Geld machen. Aber ich glaube ein Schiff, was Kies exportiert, macht jetzt nicht unbedingt den Gewinn. Auf jeden Fall funktioniert unsere Autobahnbrücke. Ach, guckt an, das Ding ist auch schon angeschlossen. Der Treibstofflieferant. Sehr schön. Und ich weiß nicht, reicht das jetzt für die Feuerwehr? Kann die dadurch da hinfahren? Nee. Nicht wirklich. Na gut. Aber wie soll es auch rüberkommen? Ich dachte, hier ist ein Bahnübergang drauf. Aber man kommt von rechts oder links ran. Ja. Gut. Es fließt, es fließt, es fließt. Morgen müssen wir uns vielleicht auch nochmal ums Öl kümmern. Aber wir haben Bitum. Wir haben viel Treibstoff. Wir müssen gucken, wie wir den Treibstoff nach hier hinten kriegen. Nicht einmal für die Züge. Einmal für die Autos. Vielleicht machen wir auch den Treibstoff hier hin, weil hier ist die Autobahn. Und dann kriegt er hier eine Auf- und eine Abfahrt direkt. Das macht keinen Sinn, nicht? Weil er ja hier... Hier ran müsste wahrscheinlich. Also von hier würde er kommen. Dann müssten wir hier durch. Dass wir hier so ein Öllager bauen. Und dann... Ja, dann würden die durch die Stadt alles transportieren. Nee, lasst uns das lieber wie geplant hier hin bauen. Dann können wir hier gucken, dass die von hier ran fahren und hier wieder abfahren. Dass die gar nicht so durch die Stadt juckeln alle. Das gefällt mir dann schon ein bisschen besser. Wir können auch Pumpen bauen, nicht wahr? Das mal abgesehen davon. Aber mehr dazu in der nächsten Folge. Wir sehen uns.